Alarmierend. Deutschland am Rande des Abgrunds. Rentner verarmen trotz harter Arbeit. Der Wohlstand zerbricht vor unseren Augen. Was steckt hinter dem Phänomen der Durchschnittsrenten? Sind sie wirklich Armutsfallen? Entdecken Sie die Wahrheit über die erschütternde Realität vieler Rentner und ob auch sie betroffen sind. Ein spannendes Video enthüllt die Hintergründe und mögliche Lösungssätze. Verpassen Sie nicht diese wichtige Information. Ich bin Jutta Martin und ich berichte über Aktuelles zum Thema Rente und Steuern. Deshalb lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Sichern Sie sich schon mal einen kostenlosen Report unter diesem Video und schauen Sie sich das Video auch unbedingt bis zum Ende an. Der Preisanstieg in Deutschland war in den vergangenen zwei Jahren so hoch wie nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Besonders betroffen von dieser negativen Entwicklung sind Menschen, die ohnehin nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und das sind zum Beispiel auch Rentner mit geringen Altersbezügen. Dazu veröffentlicht das Statistische Bundesamt regelmäßig Zahlen auf seiner Webseite. Das Wirtschaftswachstum ist negativ und 21 Prozent der Bevölkerung von aktuell offiziell 84,3 Millionen Menschen sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind 17,7 Millionen Menschen. Die Immobilienpreise sind in den Keller gefallen und das breit angelegte Verarmungs- und Enteignungsprogramm der Bundesregierung wird unser Land regelrecht ruinieren. Immer mehr Rentner rutschen in die Altersarmut und sind auf Grundsicherung angewiesen. Knapp 20 Prozent der Rentner in Deutschland erhalten jetzt schon weniger als 500 Euro im Monat. Rund die Hälfte der Renten beträgt weniger als 1.000 Euro im Monat. Geschuldet ist das einer jahrzehntelangen, verantwortungslosen Rentenpolitik. Über einige Vorschläge zur Reformation des Rentensystems durch die Wirtschaftsweisen habe ich bereits mehrfach berichtet. Ja, Sie kennen die alte Leier. Höheres Renteneintrittsalter, steigende Beiträge und sinkendes Rentenniveau, um es nur noch mal kurz zu erwähnen. Ein völlig neuer Vorschlag kommt jetzt vom Sozialverband VdK. Die Vorsitzende Verena Bentele fordert ein Verbot von Minijobs. Was soll das bringen? Minijobs führen nicht selten in die Altersarmut. Verena Bentele fordert deswegen, dass die Minijobs verboten werden sollen. Bei einem Minijob zahlt man keine Steuern und Abgaben, also auch keine Beiträge in die Rentenversicherung. Sie fordert, dass der Staat sich für bessere Löhne einsetzen soll, von denen jeder auch vernünftig leben kann. Laut Bundesagentur für Arbeit sind davon 7,6 Millionen Menschen betroffen. Gut 4 Millionen davon machen diesen Job sogar hauptberuflich. Auch der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber will die Minijobs abschaffen. Er sagt ganz deutlich, dass ein Aufstieg oder höheres Gehalt bei einem Minijob Fehlanzeige sind. Ein weiteres Problem ist, dass es auch keine soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit gibt und der Minijobber auch keine Beiträge zur Rentenversicherung einzahlt. Das ist eben die Schattenseite der Minijobs. Webers zentrale Forderung lautet, Minijob-Vergünstigungen abschaffen? Ja. Ja? Kleine Jobs abschaffen? Nein. Alle Jobs sollten gleich behandelt werden. Das bedeutet, dass sie steuer- und abgabenpflichtig sein müssen. Auch der Wunsch, dass Minijobs für Bürgergeldempfänger eine Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen sind, lässt sich laut Weber nicht halten. Er ist aber dafür, dass flexible und geringfügige Beschäftigungen für Schüler, Studenten und Rentner geeignet sind. Auch Beschäftigte, die neben ihrem Hauptjob sich noch zusätzlich Geld verdienen möchten, sollten weiterhin diese Möglichkeit haben. Der Präsident des Sozialgerichts, Rainer Schlegel, fordert ebenfalls die Abschaffung der Minijobs. Er schlägt vor, dass man sich nur noch für Schüler und Studenten zulassen sollte, eine solche Reform würde die Sozialkassen entlasten und den Arbeitsmarkt guttun. Minijobs sind eine Existenzfalle, sagen die einen. Wir brauchen das Geld, sagen die anderen. Die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Viele sind auf einen Minijob angewiesen und finden diesen Vorschlag natürlich überhaupt nicht gut. Die fehlenden Sozialversicherungsbeiträge rächen sich aber gerade im Alter. Wer ausschließlich in Minijobs gearbeitet hat und von den Rentenbeiträgen befreit war, der hat keinerlei Rentenansprüche und dem droht die Altersarmut. Die Abschaffung von Minijobs ist ein kontroverses Thema, das verschiedene Meinungen und Ansichten hervorruft. Befürworter argumentieren, dass Minijobs oft zu niedrigen Löhnen und unsicheren Arbeitsbedingungen führen und die soziale Absicherung der Arbeitnehmer beeinträchtigen können. Auf der anderen Seite argumentieren Gegner, dass Minijobs vielen Menschen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern und flexiblere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Noch ist darüber nichts entschieden. Es gibt noch keinen Gesetzentwurf. Wie immer, liebe Zuschauer, werde ich Sie natürlich über aktuelle Änderungen auf dem Laufenden halten. Abonnieren Sie dazu auch gerne diesen Kanal. Schauen Sie sich jetzt auch mein letztes Video über den Behindertenpauschbetrag und das Pflegegeld an. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Jutta Martin.